Ja. Abgedreht die zweite. Das ist die allgemeine Erläuterung. So. Entschuldigung. Das ist ein Problem mit dem Arsch, das gibt's ja gar nicht. Aber ich war jetzt nur ein Hilfsmittel, dass wir in den Winkel gestimmen können. Achso. 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 Ich hab ihm das Leben gerettet, hast du das noch drauf? Lass uns einen Praktikanten in Ruhe. Ich kann ihn nicht essen. Ich kann ihn ruhig halten. Jörg, du bist ein. So sieht ein Sieger aus, meine Damen und Herren. Wirklich einmal mit Spitze. Maske bitte! Das junge Vorleib mit dem Puffer bitte einmal. Okay, du kannst mir den einfach schminken. Christian, der wird jetzt drauf jetzt. Gott. Ganz vorsichtig. Wie spiel ich jetzt an? Mann! Nicht in den Mund. Ja, ich hab... Die Wirkung bin gut. Ich hoffe, ob es so passt. Ja. Okay. Katz! Schritt! Scheiße! Alle Scheiße! So nah, wie den eigentlich keiner sehen kann. Maske! Nicht mal bei mir. Na ja, kommt ein Balken drüber. Großer Schwarzer. Lassts! Das ist notifications. Okay, los. . Dann mach's mal. Schofinn. Okay, dann. Wie Quindi auch! ! Was ist denn hier? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020